Mama ist sehr schlau, auch Papa ist nicht doof. Nein, das ist er nicht. Auch sie waren einmal Kinder und saßen ganz gespannt im Schulunterricht. Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen. Warum kann ein Vogel fliegen und ein Schiff nicht untergehen? Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen. Was sind die vier Jahreszeiten, was ist zehn mal zehn? Du hast viele Fragen in deinem kleinen Kopf und das ist ganz normal. Drum gehst du in die Schule, da wird dir viel erklärt und das ist echt genial. Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen. Warum kann ein Vogel fliegen und ein Schiff nicht untergehen? Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen. Was sind die vier Jahreszeiten, was ist zehn mal zehn? Auch du wirst mal erwachsen und Kinder fragen dich, warum bist du so klug? Dann sagst du diesen Kindern, zur Schule müsst ihr gehen, denn Schule tut euch gut. Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen, warum kann ein Vogel fliegen und ein Schiff nicht untergehen? Alle Kinder wollen lernen, wollen wissen und verstehen. Was sind die vier Jahreszeiten, was ist zehn mal zehn? Dass sagen ein bisschen damit sagt, warum pode es nicht untergehen? Untertitelung des ZDF, 2020